ARD Text im Auftrag von Funk Schau mal, wenn ich fertig... Der kommt beschimpft, um sich zu rächen. Nein, wartet. Ich komme, um mich zu entschuldigen. Wird alle aussehen? Der war gut. Ja, es hängt irgendwie damit zusammen. Können wir reden? Euer Raumschiff festzuhalten war nicht okay. Ich habe die Beherrschung verloren und es tut mir leid. Durch meine Gruppentherapie weiß ich, ich bin etwas... Am Stoß! ...sensibel. Und jetzt versuche ich, an meinem Auftreten und an einer positiveren Ausstrahlung zu arbeiten. Du sprachst was ganz Spezielles aus. Du stinkst so, dass du nicht nur einen Deo-Roller brauchst, sondern ein Deo-Motorrad. Ich nehme mir deinen Hygieneradschlag zu Herz. Du bist rechtlich. Ich sage die Beherrschung. Das war's für heute. Ich denke so, dass du nicht nur ein Deo-Roller brauchst, sondern ein Deo-Motora. Ich nehme mir dein Hygienka-Schnack zu Herzen. Du bist nicht. Ich nehme mir dein Hygienka-Schnack. Hey, du Gruselkabinett. Dein Gesicht ist zu einer Massenverschreckungswaffe erklärt worden. Klasse Spruch. Okay, durchatmen, durchatmen. Dr. Lesterman? Tut mir leid, dass ich störe, aber ich glaube, ich stehe kurz vor einem Aggressionszwischenfall. Hier ist der Anschluss von Dr. Judy Lesterman und Dr. Ira Roth. Die Praxis ist im Augenblick geschlossen. Wenn Sie Pharma-Vertreter sind, können... Es reicht. Ich habe mir geschworen, dass ich das nicht tun würde, aber... Ich werde euch alle vernichten. Ich werde nicht aufhören, bis euer ganzer Planet so hässlich ist, wie ihr mich seht. Das dürfte äußerst lange dauern. Oh Gott, helf, helf!